Netz Kurz hitze ich jetzt die Fibro Und jetzt die auch noch Ja Kommandant. Jawohl. Einsatzbereit Kommandant. Angriff. Okay, volle Pulle. Komm, ich bin weg da. Los, 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 los. Das wäre einer weniger. Okay. Ja Kommandant. MG Schütze in Bewegung. So, irgendwo muss hier noch was sein. MG Schütze meldet sich zum Dienst. Gucken wir mal. Oh, zurück, 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 zurück. Einsatzbereit Kommandant. Okay, ähm, Jungs. Infanterie Einsatzbereit. Runter. Jetzt mal hinter. Einsatzbereit Kommandant. Kanoneneinsatzbereit. Koordinaten Kommandant. Mach mal da hin. Befehle Kommandant. Verstanden. Mg Schütze meldet sich zum Dienst. Na komm, wo sind die denn? Mg Schütze in Bewegung. Infanterie in Bewegung. Feuerfeindliche Einheiten. Angriff. Befehle. Angriff. Rückzug, 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 rückzug. Befehle Kommandant. Mg Schütze in Bewegung. Weg, 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 weg. Bei den einen können wir leider nichts mehr tun. Infanterie in Bewegung. Öff. Buttsch. Hier kommt der Nachschub. Hier kommt der Nachschub. Kann der Nachschub? Das haben wir noch irgendwo Leute da? Ich denke, es kommt der Nachschub. Wir reparieren uns für den Nach. Na los! Ärgerlich, aber ok. Wir sind auch noch Leute. Einsatzbereit Kommandant. Schnell hoch. Aber flott. Wir gehen uns laden. Einsatzbereit, Kommandant. Hol den Jungen los. Schnell, schnell. Na komm, das schaffste. Gerade in dem Moment. Bereit für die Schlacht. Auf dem Weg. Einsatzbereit, Kommandant. Ja, die bleiben. Halt. Ja, Kommandant. Bewegung, Soldaten. Eingriff. Knall sie ab. Okay, mach die Minen mal weg. Eingriff. Inlegen. Zeit vernichtet. Knall sie ab. Okay, komm, mach sie weg. Super. Knall sie ab. Los, komm. Sehr gut, dann können wir uns die Wände auch noch holen. Okay, vorwärts. Ja, vermann die Dinge. Vermannen. Kommandant. Jawohl. Oh, ein Pulszug. Koordinaten, Kommandant. Okay, jetzt müssen wir doch nochmal weiter vorrücken. In Bewegung, Kommandant. Jawohl. Bewegung, Soldaten. Shit, jetzt müssen wir wirklich doch nochmal dahin. Kanonen einsatzbereit. Okay, das ist in Ordnung. Das ist okay. Jetzt können wir mit Leben. Befehle? Jawohl. Wir haben noch einen Speer. Bestätigt. Bereit zum Angriff. Okay, du ziehst mal weiter. Jawohl. Bereit für die Schlacht. Okay, du gehst weiter gucken. Okay, und tschüss. Und tschüss. Alles. Stopp. So, alle Mann in Sicherheit. Gut. Einsatz bereit. Okay. Das war's. Okay, weiter jetzt. Erwarte Befehle. Befehle? Na los! Okay, weg, 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 weg. Befehle! Feuer! Macht ihnen den Garaus. Erwarte Befehle. Warum stehst du auf? Bleib liegen. Sehr gut. Erwarte Befehle. Auf den Weg. Gut, 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 gut. Ja, Kommandant. Einsatz bereit, Kommandant. In Bewegung, Kommandant. Sehr gut. Da ist wieder was im Buschel. Zu Befehl. Feuer! Volltreffer! Bewegung. Noch mehr Minen. Ziel unter Beschuss nehmen. Bewegung. Ah. Feuer! Komm schon. Volltreffer! Ziel unter Beschuss nehmen. Feind vernichtet. Bewegeung. Nimmt ja echt clever. Beeilung. Oh, ein bisschen flotter. Der Feind. Attack! Okay, macht ihn weg. Ziel zerstört. Feuer! Befehle, Kommandant. Infanterie in Bewegung. Antritt! Enemy. Volltreffer! Sehr gut. Macht ihn weg hier. Befehle! Feuer! Macht die Minen weg. Feuer! Ziel zerstört! Feuer! Kommandant. Das wäre Feuer! Los! Feind vernichtet! Gut, jetzt rühren wir wieder hin. In die Richtung. Da war ja auf jeden Fall noch was. Feuer! 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 Und stopp! Erwarte Befehle! Ja, mach den mal schön kaputt. Gut ist, dass wir den jetzt so schön... Äh... Ah, verdammt. Jetzt hätten wir den übernehmen können. Ja, gar nicht. Okay, was haben wir denn jetzt hier noch? Infanterie meldet sich zum Dienst. Infanterie einsatzbereit. Okay, geht mal hin. Mehr Infanterie. Holt euch diese Dinger. Beeilung! M.G. Schütz 10, Bewegung! Marsch, marsch! Schnell, schnell, schnell! Ja, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Und hinlegen. Holt euch das jetzt. Bewegung, Soldaten! Koordinaten, Kommandant, Befehle? Okay. Befehle? Arschile, einsatzbereit. Okay, wartet mal, dann müssen wir mal den Weg hier rausnehmen. Erwarte Befehle. Bewegung, Soldaten! Wie lauten die Koordinaten? So, geht dahin. Infanterie in Bewegung! Auf der Tüge ins Zeit! Okay, da ist Power. Ja, macht sie weg. Auch schön die Litfaßsäule hier, echt cool. Gefällt mir gut. Schöne Details. So muss das sein. Ja, zack, zack. Geh mal ein bisschen vor. Hier ist noch irgendwo was. Hier ist noch irgendwo eine Mine. Knallt sie ab! Tötet sie! Das wäre einer weniger. Okay, sehr gut. Infanterie in Bewegung. Ja, verstanden. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Stopp. Macht sie weg. Befehle, Kommandant. Hinterher. Infanterie meldet sich zum Dienst. Genau. Bewegung, Soldaten. Weg durch. Einsatzbereit, Kommandant. Infanterie meldet sich zum Dienst. Ein bisschen was kann noch ruhig mit da hinten hin. Infanterie in Bewegung. Kanone in Bewegung. Bereit für die Schlacht. Ja, Kommandant. Bewegung. Befehle? So, okay. Infanterie in Bewegung. Alles klar. Ja, Kommandant. Gucken wir ein bisschen weiter vor. Infanterie in Bewegung. Einsatzbereit. Er geht gucken. Gucken, wie wir uns hier weiter durchschlagen können. In Bewegung. Ach, der ist doch. Ich habe ja jede Menge Panzer. Versperren den Weg. Was gut ist, sie sind auch unbeweglich. Das heißt, wir können ohnehin heraufknallen. So, bis jetzt haben wir nur einen einzigen Stern verdient. Das ist ein bisschen schwach. Oh, der ist gleich hinne. So, jetzt können wir den eigentlich theoretisch gleich übernehmen. Das war ziemlich spottig jetzt schon. Aber. Stop. Sehr geil. Artillerie Power. Okay. Reparaturfahrzeug. Dich hätte ich gerne. Das hier, das Eck gefällt mir nicht so ganz gut. Hallo, Reparaturfahrzeug. Einsatzbereit, Kommandant. Wir reparieren und füllen nach. Du sollst das Ding jetzt... Bestätigt. Reparieren. Erwarte, befehle. Infanterie einsatzbereit. Okay, Infanterie. Infanterie einsatzbereit. Erwarte, befehle. Ich will nicht unbedingt... Bereit für die Schlacht. ... die NG schützen. Bereit für die Schlacht. Zu Befehl. Bewegung, Soldaten. So, marsch, marsch. Ja, Kommandant. Befehle, Kommandant. Befehle, Kommandant. In Bewegung, Kommandant. Jetzt komm. Reparieren, die Kiste. Infanterie einsatzbereit. Jawohl. Feindliche Einheiten. Ja, parieren. Erwarte Befehle. In Bewegung, Kommandant. Okay, einer fehlt noch. In Ordnung. Infanterie meldet sich zum Dienst. Bewegung, Soldaten. Versorgungsfahrzeug. Ja, Kommandant. Hier kommt der Nachschub. Da sind Minen auf jeden Fall. Das sehe ich schon. Auf dem Weg. Das Versorgungsfahrzeug, was den, ähm, was das Reparaturfahrzeug versorgen muss. So, die sind jetzt heile. Befehle? Na los! Okay, da ist noch ein Dingsbums. Du bleibst erstmal hier. In Bewegung. Was da noch so kreucht und fleucht. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Oh, Schitte. Jawohl. Beeilung. Befehle, Kommandant. Befehle, Kommandant. Bewegung. Einsatzbereit, Kommandant. Brauch ein Sanit. Jawohl. Sanitäter. Verdammt, okay, bring dich in Sicherheit. Bring dich in Sicherheit. Du konntest dich wenigstens in Sicherheit bringen. Immerhin etwas. Wir reparieren und füllen nach. Okay, dann machen wir jetzt folgendes. Dann gehen wir jetzt mit den Jungs. MG-Schütze in Befehl. Einfach mal ran. Und du gehst gucken. Aller da. Bereit für die Schlacht. Ja, Kommandant. Ab, rein hier. Ins Haus. Einsatzbereit, Kommandant. Ja, jetzt macht's kaputt hier. Feuer! Voll drauf da. Einsatzbereit, Kommandant. Ernsthaft? Der hat keine Munition mehr, oder was? Ja, Kommandant. Bereit für die Schlacht. Der Mörser, ey. Ich werde jetzt bekloppt, ey. Ja, weiter vor, komm. Ich brauche mehr Sicht, weiter. Jetzt aber, komm. Ich bin da, wo man mich braucht. Dann macht er das weg hier. Sanitäter unterwegs. In Bewegung, Kommandant. Hat jemand den Doktor gerufen? Brauche ich einen Sani! Unglaublich. Wir haben alle drei getötet. Diese. Befehle? Schweine. Infanterie in Bewegung. Okay, etwas vorrücken. Ah, nicht schon wieder. Geh, schütze in Bewegung. Weg, 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 weg. Bewegung, Soldaten. Los, jetzt müssen wir leider im offenen Kampf gehen. Können wir sonst alles hier kaputt machen. Jawohl. Fahrt. Fahrt doch, Mönchenskinder. Ah. Schlecht, 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 schlecht. Macht erstmal das hier weg. Weg, 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 weg. Okay. Diese Ratten haben uns gut in die Enge getrieben. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Okay, wir rücken mal mit allem, was wir haben, nach. Ist ja nicht mehr so viel. Jawohl. Ah, ein Schlimmes. Ja, Kommandant. Ah, ein Schlimmes. MG geölt und einsatzbereit. Ja, marsch, marsch. MG schütze in Bewegung. Infanterie einsatzbereit. Feindliche Einheiten gesichtet. Ah, komm. Nein, ins Haus. Zu Befehl. Erwarte Befehle. Einsatzbereit, Kommandant. Warte mal, eines weg, ja. Befehle, Kommandant. Wir reparieren und füllen nach. Wir reparieren und füllen nach. Ganzhaft jetzt. Infanterie meldet sich zum Dienst. Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt wäre ein bisschen Nachschub nicht schlecht. Einsatzbereit, Kommandant. Wir reparieren und füllen nach. Einsatzbereit, Kommandant. Wo ist das? Die Bewegung sollte empfehlen? Moos macht das weg hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Sie ergeben sich. Feuer einstellen, Kameraden. Cool. Sehr cool. Coole Mission. Der Feind konnte die meisten seiner Truppen evakuieren. Wir werden nie erfahren, wie der Krieg hätte enden können, wenn wir nicht den Befehl erhalten hätten, unseren Vorstoß zu vertagen. Immerhin zwei Sterne nochmal geholt. Ja, das war die Kampagne der Deutschen. Weiter geht es natürlich auf der Seite der Alliierten. Aber erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen da oben. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin bin ich aus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von der Gaming-Mutv. So, bye-bye. Bye-bye. Mittwoch, 5. Juni 1940. Zwei Tage. Zwei verdammte Tage hätten ausgereicht, um alle britischen Truppen hier in Dünkirchen zu zerschlagen. Unsere Gefechte in Belgien und Frankreich verliefen so gut. Und dann wurden wir ausgebremst. Ich vermute, das Oberkommando der Wehrmacht wird seine eigenen Pläne und Gründe haben, uns warten zu lassen. Ich weiß nur, dass wir an einer Küste voller zurückgelassener Fahrzeuge stehen und einen Haufen britischer Gefangener haben. Der Sieg hätte aber viel deutlicher ausfallen können, wenn wir vor zwei Tagen hier gewesen wären. Ich muss die heroischen Verteidigungsbemühungen der Briten und der Franzosen hervorheben. Sie waren müde und schlecht organisiert, hielten uns aber mit allem in Schach, was sie aufbieten konnten. Meine Männer hat dies jedoch nicht sonderlich beeindruckt. Als sie in die Stadt und zum Brückenkorb vordrangen, demonstrierten sie die Effizienz der Wehrmacht. Ich hoffe, Blaskowicz kehrt bald in den Dienst zurück. Seine Infanterietaktiken sind entscheidend für den Erfolg auf städtischen Schlachtfeldern. Wie die Schlacht von Dünkirchen erneut bewies. Das Oberkommando wird dies als entscheidenden Sieg darstellen. Als hätten wir alle Briten ins Meer getrieben. Ich hoffe nur, dass sie nicht mit mehr wiederkehren, als wir abwehren können. Sie kämpften heute mit so viel Mut, dass sie mit derselben Feuerkraft wie meine Männer eine ernste Bedrohung wären. Vorerst bleibt die Küste jedoch ruhig. Und Frankreich wird bald Teil des Reiches sein. Wir sind jetzt mit dem größten Herausforderung in unserer Geschichte konfrontiert.